hallo und herzlich willkommen zu einem neuen spiel wir spielen heute mal eine runde dead by daylight heute dabei wurde gute gast auftritt wieder die opferzieger peacemaker dann haben wir die gute pantherin dabei die man auch nicht hört den kleinen michael ja das wirklich klein und dann meine zeit und wir haben heute als special gast auftritt killer nummer eins lasse warum sprechen das ist anders anders weil ich 500 stunden im spiel habe weiß dann eigentlich dass das hier irgendwie special ist weiß wie es auf papier funktioniert und das war ja also theoretiker halt nur zum erklären die überlebenden sind alle blutige anfänger und wir haben einen killer der ist klar im sack hat also rein in die wilde luce ja ich bin echt gespannt ich mir wissen nicht was für eine karte wir spielen wir wissen nicht was ist viel killer ist was lasert guten ja einen guten genau du bist auch ein guter ja und wir bemerken er hat uns vorher die tipps gegeben wie wir es machen sollen also er weiß ungefähr wie wir spielen ja oh ein perk ihr müsst das und das machen und dann wenn ihr sicherlich gewinnen also wenn ihr mich seht kommt zu mir ich helfe aus dem tor nicht ins licht das ist wirklich aber ich habe ich messer in der hand an nein habe ich nicht das ist nur ein schlüssel warum will ich nur noch weg ich auch für euch gefühlt wird immer wenn ich leute begegne ja aber jetzt schlafen machst du so anspielungen und so ich weiß bloß ein wenn ich irgendwas sich bewege sie gehe ich in die andere richtung es wird das beste sein lassen macht er bestimmt voll böse anspielungen und so auf seinen karte hier so eklig ja das du bist auch ich nicht hallo wie sie aber das muss versteckt sein mal punkte gekriegt sehr schön für nichts dafür treffen wir das sind die geile nach punkt im ersten spiel ja alles gleicher punkte ich bin dann wieder raus ich bin dann weg macht ihr mal ja 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 ist klar bleib du mit oh oh hallo ja das war mir so klar ja das war mir so klar ja da war die Tür öffnen what the heck weckste ah breiter� irgendwer macht quellals geht nicht ячst geh weg zappel nicht so G-Won Hagen, Geh! W-Won Hagen, Geid! Generatoren! Wieso müssen das Spiel immer Kriegschmäh-Events haben? Ja, ich mach den hier auch nicht. Ich lass mich hier arbeiten, bitte! Lauf! Lauf! Au! Hilfe! Hi! Guck, der kommt da! Hau die auch mal! Wandel! Wandel! Leider nicht so! Wenn ich mich denn suchen! Erscheurung! SDRG! Dankeschön! Geil weg! Ich sehe die Generatoren einfach auch nicht. Ich hatte vorhin einen. Ich hab schon einen gefunden. Hau ja ab, sagst du so einfach! Geh weg! Einer ist doch hier! Ich hör! Whisper, wo ist er? Das war doch... 5! Nein, der fieser. Laufbild! Robe sprinten! Sprinten! Shift! 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 Genau! Da ist es schon eine Ecke! Die Ecke! liberales Komm mal mit! Es grungen! Zeigt immer noch einen Platz du meinst das ist bekannt der platz ja genau wenn ich erhol mich also separierten liegt mir absolut nicht das ist genau die mechanik spiel die ich hasse naja vielleicht kommt wirds dann irgendwann besser danke einfach nur teste machen nein ich hab die katze nicht gesehen ja stimmt ja wir sollten uns vielleicht auch mal drauf achten ja ich hab euch das erste gegeben weil ich wollte äh ich wollte kurz vielleicht spielen der ist halt zuhörde ich mich kackt michael ich weiß dass es nicht gerade noch haben bin ich aber nicht so hey wie wie hast du mich bitte gekriegt ey ich wollte auch schon über das für uns kann ich eigentlich von selber wieder aufstehen jetzt wahrscheinlich nicht oder nein nein also einer müsste demon retten einer müsste den anderen aufgeben perfekt katrin ich bin da schon was 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 aufhängen also noch überlassen wirst du mich aber nicht geh weg geh weg musst demon retten muss demon retten ah nein demon ist tot aber ernsthaft wenn du wenn du wirst du also ich hätte mehr oder weniger sprinten müssen um zu entkommen so wie hängst du da sind hübs anders gesagt ja das geht einfach schneller ganz schön sehr freundlich wenn du auf ein fenster zu läufst und läufst von der Seite drauf dann machst du ein slow fast also machst du ein fast slow walk jump und das heißt du wirst langsam aber durch walken wenn du nicht abbremmen musst wenn du direkt drauf zu äh bist du schneller durch und ich kann nicht durch das fenster hauen wenn es da dran steht oh piece maker häng schon bis dahin ok jetzt nicht mehr schatz nicht ja ich hab's versucht gehabt oder uns haben wir gesagt lass mal sein ne ja die haben keine funktion braucht ja nicht machen man kann ja nicht springen ich krieg gleich der anfall ich hab's schon nicht lernt hast du drückt zum springen fand hier schon irgendwas klappst du ich find den generator wieder nein alter ich ich möglicherweise hab ich's nicht zu spät gesehen lassen will ich die push eingekraftet gekommen werden das weiß ich auch nicht ja ich muss ja nicht auf den generator gucken das ist äh ne 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 das passt ja schon hier auf geht's oh mach ich rein na gut das werde ich auch nicht mehr allzu lange durchhalten ach nee mach keinen sachen da kommt Skatechecks da kommt Skatechecks keine sorge also du musst jetzt Skatechecks schafften so schnell das ist halt etwas unschön aber gut ich bin schon weg die können nicht retten ja die können dich retten genau ah ach 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 tja war leider tot das könnte sogar noch knapp werden ach sehr schön sehr schön gehst du mal das ding ganz ey warum kann ich nicht weg rauchen das ist so unfair wo gehen wir denn hin ich habe aber ich habe aber ich habe aber ich habe aber ich habe also ich habe trotzdem so richtig schwere Probleme die überhaupt die Generatoren zu finden Alter ich sehe die ich sehe die krass au stand mir dann finde ich die Karte interessant was habe ich denn jetzt gerade versucht oder 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 finde ich aber frech so bin ich aber sehr frech was hast du mich gefunden hast das ist so was von geglauben da muss hier eine irgendwas zum hauen naja michael hängt ein bisschen rum das ist ja ja bitte hier bei der arbeit reingelassen ja ja ich kann dir nicht zugucken nur den drei überlebten ja scheitest du keine geben kannst du da so ja würde ich sowieso nicht machen wollen aber ich wechsle und so du weißt ganz genau wenn ich das spiel spiel spielt es mit aller härte und er verrate ich noch um killer wurde hinlaufen muss als ich sage wo er ist gerade deswegen sage ich gar nichts dazu finde ich ja befreit doch alles klar weiß man wo ich bin sie ein ich drücke so aus nicht in die mitte laufen michael das ist tödlich für dich ja schade dass ich die kamera nicht drehen kann dass ich nur hingucken könnte ich habe ich gerade mal hier die haus dazu hat mich so ein bisschen eingedämmert kann das sein du bist markiert also ich kann nicht mit einem starken boden hauen aber nur für eine vollständig geheilt wird als tipp wenn man ein bisschen hoch guckt sieht mir immer lampen und die lampen müssen der generator naja ja 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 ok dann und große gebäude mit generatoren generat und ich auch nicht du geht doch mal zu dem und dem generator bitte ja ja ich habe gehört der generatoren richtig gut sein ja er ist schon fast verwirklich einer hat gerade was für kalt falsch gemacht wer weiß denn wohl ich bin jetzt lange rumsteht dann kriegt er so raben um mich herum die verraten wo ihr seid oder so als ich weiß denkst du wer ist denn hier der generatoren wer macht denn den generatoren ich möchte nicht dass der gemacht wird von übrigens generatoren ich glaube auf mietz mietz reagiert er nicht warum nicht wie sie das ein problem haben jub er in der geraden ich bin schneller lauf gefällig der ist ein bisschen langsam der kollege er hat schmerzen so wie wir spielen immer vor dem frühen es funktioniert ich versuche ich hab den einweserchen einigermaßen ich glaube sogar über die hälfte gekriegt ja aber ich glaube wenn wir bei lasse zwei generatoren hinlegen können wir uns zu vollem zustelle ja au reichelt meint geht ins e-check mit oh tegel reich muss laufen muss laufen ich komme gleich bei dir ja nix im fenster gewusst ist klar ich sehe dich ich glaub ich bin ja wo du bist ich höre dich doch bist du hier drin willst du hier drin den suchst du lasse sag doch mal wen du suchst dann dann weiß ich ob ich sicher bin oder nicht ich glaube es ist mit mir ich bin ich bin zuerst ein wenig erschreckt wie der weg alle ja das ist das Perk Tinkere Michael nein wollte ich doch noch Ich wollte doch noch. Ja, ne, wo ist klar? Ja, das war ja wieder kaputt. Wow, ich habe mehr Arbeiten als ihr alle! Fast! Du! Ghostface hat die mehr Fähigkeit, ich kann in einem Stealth-Modus gehen, dann habe ich keinen Terror-Radius. Mhm, hat man gemerkt, Alter. Alter, das ist mich schon erschreckt, ey. Mach mit. Komm, komm, komm! Wir machen's zusammen, komm, 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 ich helf dir! Ja, klar! Geh weg! Wie kann ich hier sprinten? Schiff! Schiff! Mach ich doch schon! Alter, das ist dann kein Rennen! Geh weg! Das ist wegmoppeln. Wo bist du hin? Ich seh dich, ich zieh deine Spur. Du läufst dir hinten, ah, dahinten müsst ihr ja. Genau, geh mal ins Haus. Das Haus ist gut, das Haus generell ist ziemlich gut zum... Wir sind einfach da reingesprungen, komm wieder raus. Wie, man sieht deine Gedärme. Juck! Du warst im Butch bei uns, der Digga hat gerade und ich hab mich da reinspringen sehen, durch, äh, durch die Wand. Also klar aus. Ja, das ist auch mein Fehler gewesen. Wie sieht denn der Wand aus? Schick aus! Jetzt raus! Ach! Ach, du stehn! Ach, diese Quicksal mir was. Gerade unter Stress krieg ich das nicht hin. Ich krieg's da nicht mehr hin, wenn ich, wenn ich in Ruhe irgendwo. Aber es ist nicht so! Du kannst jetzt versuchen, durch das Tor zu kommen! Wird die, die wird glaube ich angezeigt, oder? Nein! 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 Ja, Such die Luke, Raus! 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 Wie die Luke, ne? Nein! Komm Kaffel rein! Benutz die Luke! Raus! Raus! Geht das eigentlich? Warte mal, ich muss erstmal... Ja, M1... Also, du musst, glaub ich, links drücken. Ja, genau. Geht tatsächlich, okay. Yay! Es ging sogar schnell, dass du mich hier getragen hast. Ich dachte, sie war eh... Gut, aber jetzt weiß ich, nach was ich gucken muss, und dass ich mich nicht im Schrank verstecken kann, wenn du mich vorher schon geblieben. Ja, wenn du rennst und du rennst im Schrank, bist du auch kranke. Dann kriegt eine riesige Audio-Warnung und ich sehe den Schrank, der wird halt kurz parkiert für mich. Ja. Gut, das nächste Mal gehe ich aus dem Schrank raus von den anderen. Tja. So, aber in diesem Sinne bedanke ich mich bei allen Beteiligten beim Mitspiele. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Haut rein, genießt den Tag und lacht euch noch ein bisschen was ab. Tschüss! Ciao, ciao!